Es ist der 27. April 1608. In Regensburg findet ein Reichstag statt. Protestanten und Katholiken geraten sich hier so weit in die Haare, dass das letzte noch funktionierende Organ im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen ergebnislos auseinander geht. Das Reich steht am Vorabend von einem gewaltigen Konflikt, der seinen Schatten über ganz Europa werfen soll. Dem 30er-Ringkrieg. 400 Jahre sind es inzwischen her, dass mit dem Prager Fenstersturz der 30-jährige Krieg ausbricht. Vom Jahr 1618 bis zum Westfälischen Frieden 1648 durchziehen Heere, Plünderer, Seuchen und Hungersnöte das Land. Mit verheerender Wirkung. Der Krieg selbst wird in der Forschung unterschiedlich gedeutet, ob als Konfessionskrieg, als Staatenbildungskrieg oder als Hegemonialkonflikt. Ein einhelligeres Bild gibt es bei der Einteilung des Krieges in insgesamt vier Phasen. In den Böhmisch-Pfälzischen Krieg, den Dänisch-Niedersächsischen Krieg, den Schwedischen Krieg und den Schwedisch-Französischen Krieg. Wie kommt das aber eigentlich zu diesem 30-jährigen Krieg? Was musste passieren, damit die Situation im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation so eskalierte? Ein Schlüssel zu dieser Frage liegt im Augsburger Religionsfrieden von 1555. Nachdem Katholiken und Protestanten ihre Bekenntnisse formuliert und gefestigt hatten, hatte dieser versucht, eine Einigung zwischen den Anhängern Luthers und den Katholiken herzustellen. Die aufstrebende Konfession des Kalvinismus war dabei außen vor geblieben. Im 16. Jahrhundert sind Politik und Religion nicht wie heute getrennte Sphären, sondern gehören untrennbar zusammen. Das heißt, jeder Religions- oder Konfessionskonflikt neigt immer auch dazu, zu einem gewalttätigen politischen Konflikt zu mutieren. Und das ist eben auch vor dem Augsburger Religionsfrieden passiert. Und der Trick, wie jetzt man versucht, in diesem Frieden diesen Konflikt zu entschärfen, ist der, dass man akzeptiert, dass man die Religionen nicht vergleichen kann. Also man wird die Wahrheitsfragen nicht in Deckung bringen können in Religionen. Man versucht jetzt sozusagen, diesen politischen Konflikt zu entschärfen, indem man sozusagen eine friedliche Koexistenz der Religionen im Reich ermöglicht. Also eine politische Lösung eines theologisch nicht lösbaren Problems. Die Generation der Stunde Null hatte sich noch darum bemüht, diesen Frieden zu wahren. Bereits eine Generation später treten nun jedoch konfessionelle Hardliner auf, die den Augsburger Religionsfrieden nicht mehr als friedliche Vereinbarung, sondern als Kampfplatz ihrer Interessen erachten und aus den schwammigen Gesetzgebungen ein Maximum für sich herausholen wollen. Mit katastrophalen Folgen. In Magdeburg gelangt in den 1580er Jahren ein Protestant auf dem Bischofsstuhl und wird in der Folge dessen nicht mehr in der Fürstenkurie im Reichstag zugelassen. Eine problematische Situation soll doch gerade er die Visitation des Reichskammergerichts übernehmen und auftretende Rechtsprobleme evaluieren. Die Streitfälle zwischen Protestanten und Katholiken können nun nicht mehr gelöst werden. Die Reichsjustiz ist aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Zusammenstöße von Katholiken und Protestanten finden 1606 und 1607 im Donauwörter Kreuz- und Fahnengefecht ihren Höhepunkt. Im Rahmen einer Prozession von einer katholischen Minderheit kommt es zu tumultartigen Zuständen und Übergriffen der Protestanten, die sich stark provoziert fühlen. Die Katholiken setzen in der Folge die Reichsacht gegen Donauwörter durch und Herzog Maximilian von Bayern marschiert auf kaiserlichen Befehl rechtswidrig in die Reichsstadt ein. Die Stadt Donauwörter erinnert noch heute an das Kreuz- und Fahnengefecht aus dem Jahre 1606 und 1607. Über die heutige Friedensbrücke zog die damalige Prozession direkt in die Stadt. An die Auseinandersetzungen erinnert auch ein großes Wandgemälde aus dem Jahr 2012. 1608 kommt es in Regensburg zum bereits anfangs erwähnten Reichstag. Thematisiert werden dort die Streitigkeiten über das Kreuz- und Fahnengefecht in Donauwörter und die Rekatholisierung der Stadt. Protestanten und Katholiken trennen sich ohne eine Einigung. Eine konfliktreiche Auseinandersetzung wird jetzt immer wahrscheinlicher. Die Protestanten vereinigen sich zu einem Bündnis, der sogenannten Union. Die Katholiken werden es ihnen nachtun und sich zur katholischen Liga zusammenschließen. Damit rüsten die Konfessionsparteien sich jetzt auch militärisch auf. Auslöser des 30-jährigen Krieges ist der Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618. Bis ins Jahr 1612 herrscht in Böhmen mit dem Habsburger Rudolf II. ein beliebter Kaiser. Er lässt Prag fürstlich ausbauen, fördert Kunst und Kultur und zeigt sich als relativ toleranter Herrscher. Das Königreich Böhmen verfügt über mächtige Landstände und der Kaiser muss hier in einem Majestätsbrief 1609 konfessionelle Zugeständnisse machen. Etwa die freie Religionsausübung der Landeseinwohner oder die Zulassung des evangelischen Kirchenbaus. Kaiser Matthias, der Bruder und Nachfolger von Kaiser Rudolf, will diese Vereinbarung nur zähneknirschend anerkennen. Als dessen Nachfolger Ferdinand II. 1617 bereits Königin Böhmen wird, sind die Böhmen schon voller Misstrauen von einem katholischen, von Jesuiten erzogenen Hardliner. Nachdem zwei von den Böhmen errichtete protestantische Kirchen auf Geheiß der katholischen Obrigkeit wieder abgerissen werden, eskaliert die Situation. Die böhmischen Stände rebellieren, dringen in die Prager Burg ein und zeigen ihren Unmut, indem sie zwei Stadthalter und einen Sekretär aus dem Fenster werfen. Sie suchen einen neuen König für Böhmen und finden in dem Kalvinisten Friedrich von der Pfalz, dem Anführer der protestantischen Union, ihren Verbündeten. Während die Union nun aber in der Kurpfalz mit den katholischen Spaniern ringen muss, die mit Habsburg verbunden sind, können die Armee des Kaisers und die katholische Liga mit Maximilian von Bayern und Truppenführer Graf Tilli nach Prag marschieren. Die Entscheidung fällt in der Schlacht vom Weißen Berg am 8. November 1620. Friedrich V. von der Pfalz muss wieder fliehen. Er wird dafür später den Spottnamen Winterkönig erhalten. Maximilian von Bayern fordert hingegen für seine Kaisertreue die Oberpfalz und die Pfälzer Kurwürde. Doch damit ist der 30-jährige Krieg noch längst nicht vorbei. Mit der Rekatholisierung in Süddeutschland und den gen Norden vorstoßenden Truppen von Graf Tilli wächst bei den Protestanten die Angst um ihre Existenz. Der Protestantismus bedarf einer Schutzmacht und erfindet diese im Dänenkönig Christian IV., der sich davon auch territoriale Gewinne verspricht. Für den Kaiser zieht inzwischen der böhmische Adelige Albrecht von Wallenstein in den Krieg, ein militärisches Organisationsgenie. In der Schlacht von Luther am Barenberge wird Dänenkönig Christian geschlagen. Der norddeutsche Protestantismus scheint besiegt zu sein, während Kaiser Ferdinand am Höhepunkt seiner Macht angekommen zu sein scheint. Fast schon übermütig erlässt er 1629 das Restitutionsedikt, das den Besitzstand der katholischen Kirche von 1552 wiederherstellen soll. Ein politischer Schritt, der dem Kaiser viele Feinde bereitet. Das Restitutionsedikt von 1629 markiert einen ersten Höhepunkt kaiserlicher Machtentfaltung nach einer ganzen Reihe von kaiserlichen Erfolgen in den ersten Kriegsjahren. Im Kern ist das Restitutionsedikt nichts anderes als eine vom Kaiser oktruierte Auslegung des Augsburger Friedens. Und so wird der Augsburger Friede vom Kaiser jetzt ganz einseitig in allen seinen Streitpunkten prokatholisch gelesen. Das Ganze ist natürlich zunächst einmal für die protestantischen Reichstände eine sehr erschreckende Sache, weil tatsächlich nicht wenige Reichstände sogar in ihrem Fortbestand gefährdet sind durch diese Lesart des Augsburger Friedens und entsprechend groß die Angst der Protestanten war. Tatsächlich schafft der Kaiser durch diese Restitutionsedikt das, was die protestantischen Diplomaten in den letzten zehn Jahren nicht geschafft haben. Zum ersten Mal gibt es eine relativ geschlossene protestantische Front gegen den Kaiser. Die ist zwar militärisch nicht potent, aber zumindest stehen die Protestanten jetzt geschlossen beisammen. Interessanterweise ist aber auch die katholische Seite von diesem Frieden alles andere, oder von diesem Restitutionsedikt alles andere als begeistert, weil auch die katholischen Fürsten in Sorge auf die kaiserliche Machtentfaltung schauen. Der Kaiser nimmt für sich heraus, aus eigener Machtvollkommenheit ein Reichsgrundgesetz zu interpretieren und seine eigene Lesart sozusagen dem gesamten Reich überzustülpen. Und das ist etwas, was auch die katholischen Fürsten mit Sorge erfüllt, weil dadurch natürlich eine völlig neue Interpretation der Kaiserrolle ins Spiel kommt. Eine Interpretation der Kaiserrolle, die den Kaiser sozusagen von seiner Schiedsrichterposition tatsächlich in eine Art monarchische Machtposition umdeutet, die der Kaiser traditionell so im Reich nicht hatte. Das heißt, auch auf der katholischen Seite gibt es große Vorbehalte gegen dieses Restitutionsedikt. Auf einem Kurfürstentag in Regensburg fügen die Kurfürsten dem Kaiser 1630 eine schwere Niederlage zu. Sie setzen die Entlassung Wallensteins durch und fordern mehr Partizipation an der Regierung. Im selben Jahr sehen die Schweden die Gelegenheit, nun als neue Macht des Protestantismus aufzutreten und hegemoniale Ansprüche im Norden Europas durchzusetzen. So landet der schwedische König Gustav Adolf im Juli 1630 im Reich. Die sogenannte Magdeburger Bluthochzeit im Mai 1631 ist einer der grausamsten Höhepunkte des Krieges. Die Stadt Magdeburg wird durch die Ligatruppen von Graf Tilli und Graf Pappenheim geplündert und zerstört. Der Aufschrei bei den Protestanten ist groß. Fortan folgt eine protestantisch-schwedische Eroberung Deutschlands. Im September 1631 unterliegt Graf Tilli dem Schweden Gustav Adolf bei Breitenfeld. In der Schlacht von Rhein am Lech 1632 wird er verwundet und erliegt schließlich seinen Verletzungen. Die Schweden marschieren weiter nach Regensburg und sogar bis nach München, wo Kurfürst Maximilian sich zur Flucht gezwungen sieht. Immer stärker werden nun die Forderungen nach einer Rückkehr Wallensteins. Mit einer 50.000 Mann starken Armee kehrt der böhmische Adlige zurück auf die Bühne des Geschehens und fügt den Schweden schwere Verluste zu. In der Schlacht bei Lützen im November 1632 fällt Gustav Adolf und die Schweden verlieren ihre charismatische Herrscherfigur. Wallenstein verzichtet allerdings auf eine sofortige Gegenoffensive. Er will die Truppen im Winter nicht in den Krieg schicken, sondern verhandeln. Das bringt ihm ein weiteres Mal das Misstrauen der Fürsten ein. Zuletzt ist Wallenstein auch fähig, seinen eigenen Dienstherrn den Kaiser zu verprellen. Wallenstein beginnt am Ende seiner Karriere eine sehr undurchsichtige Pendeldiplomatie, die an der Hofburg in Wien den Verdacht nähert, dass Wallenstein vielleicht Verrat planen würde oder so etwas und schlussendlich dann zu der Entscheidung führt, Wallenstein endgültig aus dem Verkehr zu ziehen. Von kaiserlicher Seite wird er schließlich in Eger ermordet. Auch ohne Wallenstein gelingt es der kaiserlichen Seite letztlich, die Schweden zurückzuschlagen. Ab August 1634 belagern die Katholiken die protestantische Reichsstadt Nördlingen. Eine Kanonenkugel landet direkt im Pfarrhaus. Die Schweden werden zur Hilfe gerufen, erleiden aber in der Nähe der Stadt eine dramatische Niederlage. Hier auf dem Aalbuch in der Nähe von Nördlingen fand am 5. und 6. September 1634 eine Schlacht statt, die erst die Schlacht von Nördlingen in die Geschichtsbücher eingehen sollte. Die 25.000 Mann starke protestantisch-schwedische Armee kämpfte gegen die kaiserlichen Truppen. Die Schweden verloren allerdings, was den Verlust des gesamten süddeutschen Raumes bedeutete. Die Schlacht hat weitreichende Folgen und führt zum Prager Frieden von 1635, bei dem sich die Fürsten im Reich und der Kaiser verständigen. Mit den außenpolitischen Mächten kommt es allerdings nicht zu Verhandlungen. Die letzte gilt wohl als die undurchsichtigste Phase des 30-jährigen Krieges. Frankreich, das vorher die Gegner des Kaisers unabhängig von ihrer Konfession finanziell unterstützt hat, tritt nun selbst in den Krieg ein. Der Krieg beginnt das Land langsam aufzufressen. Söldnertruppen marschieren durch die Gegenden, plündernd und mordend. Und solchen quälen die Bevölkerung. Nicht alle Gebiete sind gleich betroffen. Vom Nordosten zum Südwesten hin zieht sich eine Schneise der Verwüstung durch das Reich. Ab Beginn der 1640er Jahre beginnt man deswegen schon über Frieden zu verhandeln. Einige Fürsten verbünden sich auch zuvor schon mit Frankreich, um einer vollständigen Zerstörung zu entgehen. In Münster und Osnabrück treffen sich die Verhandlungsparteien. Der Kaiser, Frankreich und die katholischen Reichstände in Münster, die protestantischen Reichstände, der Kaiser und Schweden in Osnabrück. Das Ergebnis wird als der Westfälische Friede bekannt werden. Der Westfälische Friede sieht ein allgemeines Vergeben und Vergessen der Kriegsereignisse vor. Die territoriale Situation im Reich soll auf den Zustand vor dem Krieg zurückgestellt werden. Entschädigt werden sowohl die Schweden als auch die Franzosen. Die Oberpfalz und die Pfälzer Kurwürde bleiben bei Bayern, die Pfalz hingegen bekommt eine achte Kurwürde zugesprochen. In den Gremien, außer dem Reichstag, sind nun immer gleich viele Katholiken und Protestanten vorhanden. In der Forschung wird über den 30-jährigen Krieg nach wie vor heftig diskutiert. Ist er ein Konfessionskrieg? Ein Hegemonialkrieg? Ein Staatsbildungskrieg? Der 30-jährige Krieg ist vom Konfliktcharakter her nicht ganz leicht zu beurteilen. In der Forschung gab es da unterschiedlichste Einschätzungen. Man sprach von einem Konfessions-, einem Verfassungs-, einem europäischen Hegemonial- oder auch einem Staatsbildungskrieg. Also alle diese Positionen sind vertreten und zum Teil auch mit Werf gegeneinander ausgespielt worden. Ich persönlich würde sagen, dass man Konjunkturen erkennen kann im Verlauf des Krieges. Der Krieg beginnt zunächst mal als Konfessionskrieg. Also das ist der Auslöser und unmittelbare Anlass des Krieges. Und auch die Zeitgenossen sehen das Ganze so. Bis in den westfälischen Frieden hinein wird immer die Religion als Grund für diesen Krieg benannt. An diesem Konfessionskrieg lagern sich dann aber sehr, sehr schnell verfassungspolitische Fragen an. Also stehen dann Stände gegen Landesherren, Reichsstände gegen den Kaiser. Und dadurch werden auch die Verfassungsfragen, die vorher im Reich schon virulent waren, in diesen Krieg hineingezogen und mit diesen Konfessionsfragen amalgamiert. Je länger der Krieg dauert, desto stärker wird seine Sogwirkung auf europäische Konflikte, die schon vorher außen um das Reich herum existiert haben. Diese Konflikte werden in das Reich quasi hineingetragen und am Schluss sozusagen auch im Reich, im Rahmen dieses Dreißigjährigen Krieges ausgetragen. Und dadurch wird dann der Dreißigjährige Krieg auch zu einem europäischen Großmachtkonflikt, zu einem Hegemonialkonflikt. Und in dem Ausmaß, in dem man das wird, wird im Laufe der Zeit der Konfessionsanteil an diesem Konflikt geringer und dadurch sozusagen die Konfession als Konjunktur ein Stück weit durch die europäische Mächtepolitik abgelöst. Der Dreißigjährige Krieg kostet einer Vielzahl an Menschen das Leben. Besonders betroffen sind davon Schwaben, die Pfalz, Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Insgesamt geht die Bevölkerung im Reich von 1618 bis 1648 wohl von 21 Millionen auf rund 13 Millionen Menschen zurück. Erst lange Zeit später kann sich das Reich von den folgenschweren Auseinandersetzungen wieder erholen.